Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Also, dann fangen wir an. Und eben die, die Hunger haben, können jetzt wirklich gerne etwas essen und nachher sie aufholen. Also unser Ziel ist, bis zum 1 Uhr fertig zu sein. Ich bin nicht so gut mit der Zeit. Könnte jemand mir helfen, mit der Zeit? Die Idee ist, dass ich euch während einer halben Stunde in meine Welt eintauchen in einer möglichen unterhaltsamen Art und nachher diskutieren wir die Themen, die ich erwähne, etwas kritisch. Und vielleicht etwas zu mir. Das ist mein Ur-Ur-Ur-Ur-Grossvater. Nein, das meint der Manu. Aber eigentlich ist das ein Typ in Alberta auf einem Feld, der entweder Wasser oder Öl sucht mit einem sogenannten, wie heisst das? Dowsing-Rod. Wünschen-Route. Wünschen-Route, danke. Dowsing-Route oder Wünschen-Route ist wirklich so eine traditionelle Methode, um herauszufinden, was unter der Erde sich steckt. Und, ähm, ich finde es recht speziell. Einerseits, weil ich bin, äh, ich bin Kanadier. Ich bin in Alberta, das ist die Provinz in Canada, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe in Calgary gelebt. Das ist, äh, die Stadt, die sich promoviert durch die Olympischen Spiele 1988. Und, ähm, durch das Rodeo, wo man versucht, irgendwie Kuh zu fangen, und einfach viele Cowboys. Und viel Öl. Ähm, und es ist wirklich so eine, ein bisschen bünzliger Stadt. Im Westen von Kanada, schöne Aussichten, schöne Landschaften. Aber es ist eine Stadt, wo man hat, äh, einerseits, ähm, so ein bisschen, ähm, die haben sich wirtschaftlich diversifizieren. Das heisst, sie konnten nicht nur, äh, von den Ölressourcen profitieren. Und darum haben sie versucht, ähm, also die Verwaltung hat versucht, ähm, noch früh, in den 90ern, schon probieren, ähm, Firmen anzuziehen aus anderen Bereichen. Heute in Calgary hat es recht viele Banken, hat es recht viele, äh, IT-Firmen, hat es, äh, recht unterschiedliche Projekte. Und in der Zeit, als ich, ähm, dort aufgewachsen habe, ist es schon ein bisschen bekannt gewesen, oder hat sich probiert, bekannt zu machen als Silicon Valley North. Oder wirklich so Innovation- und Investition-triebene Stadt. Und das hat mich, ähm, in der Jugend. Ich habe schon während meiner Schuljahre angefangen zu denken, dass ich, äh, also ich könnte etwas verdienen, vielleicht ein bisschen besserer Compi mir leisten oder sonst etwas Gutes machen, wenn ich, äh, etwas neben der Schule arbeiten würde. Und ich habe dann schon, äh, ich habe so angefangen, Webprogrammierung zu machen. das ist irgendwie das, was am einfachsten war. Ich weiss, das klingt etwas komisch, aber ich habe einfach mit dem Computer aufgewachsen und, ähm, ich habe immer so Freunde, Familienfreunde gehabt, wo man gefragt hat, hey, Ole, kannst du mir schnell mit dem, mit Windows helfen, mit, äh, DOS. Okay, DOS damals sehr. Kannst du mir schnell mit WordPerfect oder Word helfen? Und, ähm, schlussendlich, ähm, sind das Webseiten gewesen, wo die Leute so wollten. Und, ähm, eins nach dem anderen, ich kann auf eine Webseite machen. Zuerst war ich recht skeptisch vom ganzen Web. Weil, ähm, wir haben, ähm, wir haben recht gute Sachen gehabt, Gopher zum Beispiel. Nein, Gopher sieht nicht so aus. Gopher. Gopher sieht eher so aus. Das war das Web in 1995. Und, also, vielleicht noch vorstellen, ohne Webbrowser hatte man wirklich nur Text und Dokumente, und man kann einfach verschiedene Webseiten aufmachen, also nicht Webseiten, sondern Server aufmachen und von dort irgendwelche Informationen herausziehen. Und das Gleiche mit, äh, BBS Systems, ich bin recht fern gewesen. Ähm, genau. So hat das alles ausgesehen. Genau, ja, so schön. Man schaut irgendwo rein, also man wählt mit seinem Modem, vielleicht wisst ihr nicht alle, was das Modem ist, so eine, wie eine Telefonkoppelung, die direkt ins Computer geht. Dein Computer tut ein anderer Computer telefonieren, ohne irgendwelche Internet, direkt eins zu eins sich verbinden und dann kommt die Information oder, äh, Grafik oder Text oder Files direkt vom iComputer ins andere. Und das Schöne an dem war damals, dass man wirklich das Gefühl hatte, so wie heute, dass recht viele Informationen, Möglichkeiten, Ressourcen sind einem zur Verfügung, aber, ähm, in wirklich, in einer simplen Form. What you see is what you get. heisst für mich nicht Microsoft Words, äh, schöne Benutzeroberfläche, sondern einfach roher Inhalt. Oder man hat eine Frage, eine simple Frage, man bekommt eine simple Antwort zurück. Man sucht irgendein Ressource, man bekommt den Ressource zurück. Und dann ist der Web gekommen und das hat alles ein bisschen komplizierter gemacht, weil, neb, 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 neb der Content, neb diesen sachlichen Inhalten, hat man diesen ganzen HTML, so ein ästhetisches Darstellungsniveau, das, was heute viele von uns in der Webindustrie beschäftigt, ist, äh, pixelperfekte, äh, äh, irgendwie Aligning von einem Element zum nächsten. Und alles muss, äh, schön und schick und animiert und fleissig sein. Aber man verliert oft die Verbindung zum Fundamentalen, und das ist der Inhalt. Jedenfalls, ähm, ja, viele Jahre später habe ich mich, ähm, mit so Datenprojekten beschäftigt. Ich habe eine Karriere gemacht, das Studium hat mir in der Schweiz gebracht. Ich habe an der Universität Lausanne Mathematik studiert, später an der ETH Lausanne, Kommunikationssysteme. Und dann mein erster Job war in einem wirklich kleinen IT-Bude, wo ich mir, wo ich alles gemacht habe, von Computeraufbau und Netzwerke einrichten, bis zu Webseiten für, äh, für Reiseagenturen und, äh, weiss nicht, was entwickeln. Ich habe ein eigenes CMS geschrieben, mehrmals. Also, ein CMS ist, äh, ein Produkt wie WordPress, das erlaubte, eine Bearbeitung von Webseiten erlaubt. zu dieser Welt dieser schönen BBSs. Man hat gesehen, dass unter der Schiene, unter dem Deckel von jeder schönen Webseite, schönen Softwareprojekte, schöne App auf dem Handy, man könnte sehr elegante, nachhaltige Strukturen bauen, die den menschlichen Prozess begleiten. Wenn ihr heute irgendeine App aufmacht, sagen wir Slack, oder hinter Slacks Benutzeroberfläche und die vielen Kanäle und alles, was hier passiert, gibt es den Inhalt selber. Und ich zeige euch Slack, weil Effingers Slack ist eines unserer wichtigsten Kommunikationsplattformen. Und wenn man den Link hier aufmacht, jetzt muss ich natürlich anmelden. Es gibt ... Es ist nicht ... Vielleicht kann ich euch das hier zeigen. Es gibt im Slack einen Archivmodus. Es ist nicht da ... Ich glaube, Settings ... Uff ... Ich finde das nicht so schnell. Ah, hier, Import-Export. Jedenfalls ... Hinter jedem App gibt es diese sogenannten Daten. Und Daten kann man immer ... in rohe Form anschauen. Oder ich könnte jetzt die ganzen Inhalte von unseren Slack, alle Messages, die wir miteinander schicken, aussen natürlich die privaten, die direct Messages, die privaten Nachrichten, hier exportieren. Ähm ... Und ... Und wenn ihr wollt, zeige euch, wie das aussieht. Was man dann bekommt, ist einfach rein Text. Man bekommt ... Also ... Wirklich das. Also schwarz-weiss, was das Inhalt ist. Ohne ... Ähm ... Ohne Attachments. Also, sagen wir, die Bilder und so, die wir teilen, die sind auch irgendwo verlinkt. Aber das ist dann eine JPEG-Datei. Oder? Und dann das Text rundherum mit dem Zeitstempel und Benutzernamen und so. Das ist ein Datastock. Also, das hier funktioniert so, dass man eine Mail bekommt. Wir können es dann ... Mal schauen. Jedenfalls, das Ganze hat mich, ähm ... recht begeistert als Software-Ingenieur, weil man hätte ... Man hätte einfach besser Software gestalten können. Oder? Anstalt ... Jetzt warten wir ... In ein paar Minuten soll ein Link bekommen, um das Slack-Archiv aufzumachen. Einerseits, weil ... schon mit ... Wenn wir eine Webseite gestalten wollen. Oder? Man denkt ... Oh, ich ... Ich will Webseiten haben über ... Sagen, über mich oder meine Organisation. Dann will ich irgendwelche ... Historik zeigen, irgendeinen Fortlauf, irgendwelche Projekte. Und ... Wenn man jedenfalls ... Jedes Mal mit einem frischen Blatt startet. Wenn man probiert, sein Leben oder sein Projekt oder irgendeinen roten Faden zu ziehen durch irgendetwas. Und jedes Mal hast du irgendwie ... wie ein leeres Blatt. Und du ... Du bist es am aufzeichnen, wie ein Maler auf einer frischen Canvas. Das ist natürlich toll. Das ist kreativ. Das ist ... Freiheit auf einen gewissen Sinn. Aber ... Wir sind ständig konfrontiert mit ... Erstens, wie teile ich das ... auf eine Art, die andere auch nutzbar finden. Oder? Ihr kennt sicher Myspace. Oder ... Der Web des 90er-Jahres hat ... Oder ... noch besser Geocities. Oder ... Der Web hat so ausgesehen. Jede Webseite ist absolut unvergleichbar anders mit den vorherigen. Oder ... Und das Erlebnis von jemandem, der die Web nutzt, war etwas wilder Verwirrung. Oder man ist vom einen Wall zum anderen geworfen. Heute sehe ich natürlich ... Alle Webseiten. So! Das ist auch nicht unbedingt besser, oder? Alles so schön flach und perfekt und so. Und dann hat man das Gefühl, dass man ... Hallo! Man hat eine ... Oder man hat die gleiche ... Erfahrung, oder man hat eine Vergleichbarkeit zwischen all diesen Webseiten. Aber das ist vielleicht auch nicht ganz wahr. Und ... Was wir in der Datenwelt suchen, ist ein guter Mittelpunkt. Zwischen zu viel Struktur und ... zu wenig Kreativität. Oder zu viel Kreativität. Zu wenig Struktur. Und diese Balance, das ist das, was für mich ... diese Datenengineering, diese Datenarchitektur ergibt. Als ... als Arbeitswelt. Und ... ähm ... Ich wollte ... ein bisschen ... in meine Welt ... reintauschen. Aber das kommt vielleicht von selbst an, wenn ich das Projekt zeige. Ähm ... angefangen. Das prinzipielle Prinzip ist, dass es Alternativen geben soll. Wir haben von Slack gesprochen. Slack ist eine tolle Plattform. Aber es ist eben auch etwas closed. Ähm ... Man hat nicht ... Quellcode zu dieser Applikation. Und ... Man kann die Entwicklung, die weitere Entwicklung von Slack, kaum beeinflussen. Weil ... erstens ... Jetzt müsst ihr nicht meine Gespräche mit Thomas lesen. Aber ... Ausser, wenn ihr unbedingt wollt. Ähm ... Das Ding ist halt ... Ähm ... Produkte sind vor einer Massenaudience gemacht. Slack hat Millionen von Benutzeren rund der Welt. Es ist schwierig für einen Benutzer ... der ... der ... der Stimme von einem Benutzer genug laut zu werden, damit Slack die Firma das gehört und akzeptiert. Und natürlich gibt es Kanäle. Und wenn es genug Aufregung gibt ... Also was ... Hat jemand gerade ein Beispiel für etwas, das im Slack etwas nervt oder verbessert werden könnte? Vielleicht heute Morgen habt ihr etwas geklickt. Also ... Eines ist das zum Beispiel, man kann nicht eine sehr einfache Galerie von den Fotos ... Also wir teilen recht viele Fotos in unserem Kanal. Jetzt suchen wir gerade eine Klimaanlage, ja. Sommer wird heiss und bei uns unten wird auch heiss. Ähm ... Wir teilen recht viele Bilder, aber man kann nicht einfach eine Fotogalerie machen aus all den Bildern von einem Kanal. Ähm ... Wobei ... Produkte sind immer gewissweise hackbar. Ähm ... Ich habe das Problem mit den Powercoders erfahren. Powercoders ist unser IT-Kurs, der letztes Jahr hier stattgefunden hat. Das hat mir unter anderem so etwas zu effing gebracht, die Möglichkeit, in Bildungsprogramme hier involviert zu sein. Ähm ... Und ... In diesem Powercoded-Kurs haben wir eine Methode ausgedenkt. Also wenn du Slack aufmachst, hier ... Also jetzt ... Wenn ich mich hier anmelden ... Ähm ... Dann ... Dann kann ich Slack nutzen im Webbrowser. Und die Webbrowser sind ... Ähm ... Sie sind Open-Technologie. Ich kann immer ... auf meinem Computer F12 drücken, so eine ... Konsole aufmachen. Hier kann ich auf jeden Element der Benutzeroberfläche von Slack ... klicken. Und sehe, wie das ... mit der Web-Technologie aufgebaut ist. Und ich könnte ... äh ... das nützt. Also das ist toll, aber das ist inakzeptabel. Oder man muss nicht ... Es ... Also für Slack ist das nicht wirklich akzeptabel, dass jemand ihr Produkt so missbraucht. Weil die können das wirklich nicht unterstützen. Für mich ist das ein Hack. Ich kann das nicht euch gut verbreiten. Ich hätte nicht viel lieber eine Slack-App entwickelt, als so eine Slack-Hack. Eine Slack-App ist etwas, wo ... ähm ... oder? Wir haben auf unseren Effinger Slack-Shop unsere Apps installiert. Und Apps, das ist so etwas der sicheren Welt. Hier gibt Slack oder Microsoft oder Apple quasi ... unseren Entwicklern ... einen Rahmen für eine Weiterentwicklung vom Produkt. Wir könnten einen Chatbot entwickeln, wir könnten irgendwelchen Knopf zuhängen, recht viele Möglichkeiten ergeben. Und die Apps, diese sind vielleicht Open-Source. Oder ich könnte Quellcode bekommen von ... ich weiss nicht, also vielleicht diese Mailchimp-App oder sonst eine App. Und dann könnte ich es anpassen und es als eigene App hochladen. Das ist gut. Aber das Produkt selber, das was die Apps ermöglicht, das ist Intellectual Property von dieser Firma und von daher nicht von mir Weiterentwickler möglich, außer dass ich für ihn arbeite. Aber das ist gerade nicht aktuell. Und dann ... Aber es gibt Alternativen. Und das ist Mattermost. Mattermost ist so ein Open-Source-Slack-Clone, der alle gleiche Funktionalität hat. Und es hat noch mehr. Ich könnte zum Beispiel ... Was kann ich hier machen? Es hat auch so Apps, so Integrations. Ah, zum Beispiel, ich könnte ... ein Theme setzen pro Benutzer. Also ich kann Custom-Themes sogar nutzen. Also wenn mir das Look und Feel von meinem Chat nicht gefällt, könnte ich wirklich das schnell machen. Das bietet Slack nicht. Die geben dir hochestens so eine Accessibility-Feature für so hohen Kontrast. Aber du kannst nicht das ganze Benutzer-Oberfläche adaptieren. Und andere Vorteile und natürlich viele Nachteile. Open-Source-Produkte sind in der Regel gemacht von so Communities. Also im Fall von Mattermost. Das ist eine Firma in Amerika, die entwickeln das Produkt für sich und verkaufen das bei Kunden. Die haben so ein Modell, wo man das auch zahlbar bei ihnen gehostet hat. Oder man kann einfach das Quellcode herunterladen, so wie ich es hier gemacht habe. Und selber installieren auf einem Server. und dann hat man seine Alternativen. Und bei so Software-Produkten ist das Open-Sourcing schon ein sehr bekanntes Thema. Das ist so sehr klar. Es gibt Alternativen zu jedem kommerziellen Produkt. Es gibt sogar eine Webseite, wo euch Alternatives tun. Euch die Alternative helft finden. Das ist eine sehr gute Webseite. Wenn wir sagen, ihr habt irgendeine teure App gehört, sagen wir Adobe Photoshop. und dann schlägt das in die Ergebnisse. Wenn ich auf Adobe Photoshop klicke, dann steht, es ist ein teures Produkt, das nur auf Mac und Windows läuft. Und das sind die Alternativen. Also, wichtige Kriterien vom Open-Source sind Alternativen. Aber, was für mich noch wichtiger ist, ist halt die Mitarbeit. oder? Wenn man in privilegierter, kommerzieller Umgebung arbeitet als Software-Entwickler, so wie ich damals vor zehn Jahren gemacht habe, dann hat man einen sehr geschlossenen Entwicklungsprozess. Deine Chef, deine Mitarbeiter, vielleicht jemand von einem anderen Departement, erfahrt von deiner Arbeit. Das fliesst natürlich in ein Produkt hinein. Es gibt irgendwelche Benutzer und Kunden. Aber das ist wirklich noch nichts. Im Vergleich zu dem, was die Open-Source anbietet, das ist wirklich ein weltweiter Marktplatz, ein Austausch von Ideen auf einem globalen Niveau. Wenn du in Bezug zu einem Open-Source-Produkt schaffst, kannst du erwarten, dass jemand morgen von Japan dir anschreibt mit einer E-Mail, mit Wünschen oder Empfehlungen. du kannst erwarten, dass jemand einen Fork von deinem Projekt nimmt. Forks sind so Kopien, die jemand anders nimmt und das implementiert. Und dann gibt er vielleicht die Möglichkeit, von seiner Arbeit zu profitieren. Aber er muss auch nicht einmal für Bewilligung fragen. Er klickt einfach diesen Knopf, macht den Fork und arbeitet weiter. Es ist ein bisschen vergleichbar. Es ist ein Unterschied, sagen wir, in der Musikwelt, zwischen jemandem, der ... Es gibt so einen Hilsana-Song. Ich habe gerade einen Sinn. Kennt ihr das? Genau. Der Hansi, oder wie heisst er? Wenn der Hansi ... Ja? Habt ihr das schon einmal gehört? Es ist wirklich ein catchyes Lied, ja, komm. Ich finde es nicht ruhig. Hilsi, heisst er. Genau. Der Hilsi. Leider finde ich ... Vielleicht auch das. Das ist es nicht. Es hat wirklich einen lustigen Song, den Helzana mal auf CD's hatte, irgendwie an Musikfestivals verbreitet. Und die haben einfach eine Band angestellt, um einen Song zu produzieren mit lustiger Lyrik, auf multisprache, so französisch, italienisch und deutsch. Und dann wahrscheinlich haben sie das einfach realisieren können. Und das ist gut, es ist lustig, meine Kinder haben es gerne. Und das bedeutet etwas. Im Vergleich zu einem Künstler. Und man denkt, Künstler ... Jetzt bin ich gerade das am Hören. Ja, whatever. Man denkt, Künstler haben Freiheit. Künstler können einfach abhocken und Songs schreiben und das in die Welt schicken. Es hat einen gewissen Parallel zum Software-Engineering. In der Open-Source-Welt suchst du irgendeine Lücke oder etwas, das du noch nicht probiert hast. Du sitzt runter, schreibst es und lässt es raus. Und du hast nicht unbedingt ... Du hast nicht nur einen Kunden, der dir das nach Erfüllung anfragt. Oder du kannst andere Geschäftsmodelle adaptieren. Und eigentlich, der Grund, warum ... Jetzt habe ich gerade schon eine halbe Stunde verbracht. Aber der Grund, warum ich heute ein Brown Bag machen wollte, ist ein Buch. Und das Buch heisst The Open Revolution. Das ist ein New Book. Von einem Kollegen von mir. Rufus Pollock. Ich weiss nicht, ob ich das jetzt ... Ah, da kann ich es schnell anhocken. Zack und zack. Und in diesem Buch geht es um Geschäftsmodelle. Es geht um, wie wir kreative Leute können, unser Leben gewinnen und unsere Politik weiter treiben, also in der Gesellschaft Ideen verbreiten, wie wir miteinander umgehen können. Basiert auf diesen neuen Ökosystemen von Informationsaustausch. Und einerseits gibt es eine Alternative. Oder Spotify ist so eine interessante, offene Plattform, die in diesem Buch beschrieben ist. Spotify ist ein kommerzielles Projekt mit vielen Problematiken involviert. Aber grundsätzlich ist die Idee, die sehr wichtig ist hier, jedes Mal, dass ich jetzt auf eine Song klicke, wenn ich die Play abdrücke, bei jedem Klick wird der Künstler bezahlt. Jetzt war gerade jemand bezahlt. Jetzt war gerade jemand bezahlt. Oder? Jetzt gebe ich irgendwie Hells ein. Das ist recht spannend, weil das ist für uns Konsumenten extrem möglich. Wir haben diese Auswahl von unzahlbaren Millionen Künstlern und Liedern, die wir mit weniger Klicks erreichen können. Es ist für die Künstler auf eine Art sehr bereichend, weil sie eine globale Audienz erreichen können, ohne zu warten, bis ihre CD drückt und verteilt. Und natürlich hat man eine ganz andere Beziehung zum Zuhörer. Man könnte wirklich erfahren, Minuten pro Minute, Stunde pro Stunde, wer, also wo, wie oft wird seine Musik, seine Kunst konsumiert. Das ist revolutionär. Das gab es in den Geschichten der Menschen noch nie, ausser bei Live-Performance, also ausser beim Theater und Zirkus und, ich weiss doch nicht, Live-Shows. Das Bottleneck ist einfach die physische Präsenz. Wie gross kannst du dieses Amphitheater mit Zuschauern füllen? Das ist eine sehr harte Limitation, oder? Und wir sind quasi, wir gehen jetzt von einer Welt, in der wir mit diesen physischen Beschränkungen leben mussten, nur so gross wie der Raum ist, das sind unsere Zuschauer, also zumindest nur mit denen können wir direkte Erfahrung bekommen, sofort um das Feedback, also super oder boo, also ihr könnt mir gerade jetzt sagen, also wie findet ihr den Tag bis jetzt? Ist das so, so oder so? Komm mit schnell! Daumen hoch! Daumen tief! Daumen Mitte! Come on! I can't see your thumbs! Let's see your thumbs! Everybody! Everybody! Alright! Alright! Okay! Alright! Not bad! Okay! I'll try to push it in this direction a bit more! Also! Und es gibt Alternativen! Und ich will, ich will euch von, sagen wir, noch erwähnen, dass es gibt, es gibt ganze antikommerzielle Bewegung. Oder wir haben, einige nennen das Links oder Left, Kommunismus, andere nennen das Anarchie. Aber es ist, aber ich bin hier in Effinger unter anderem gekommen, um, ähm, um zu gewissermaßen kreative Freiheit zu genützen. Und für mich, in dieser Instanz, ist diese Alternative zu Spotify. Spotify sind alle Künstler. Und die sind bezahlt für jeden Klick. Aber auf dieser Plattform Nectarine gibt es auch recht viele Lieder. Einfach Tausende, nicht Millionen. Ich kann sie, ähm, abspielen, herunterladen, ich kann zuhören, zum Radio. Ähm... Also hier funktioniert es so, dass... Ich kann mir anmelden und dann kann ich Requests machen. Also wie beim normalen Radio, kann ich Requests machen und dann werden sie den Song abspielen. Aber die meiste Musik hier ist gratis. Es könnte einfach runtergeladen werden. Ähm, und die Autoren erwarten nicht, irgendwelche Zahlungen dafür. Ähm, die sind nicht unbedingt Amateure, aber die haben ihre Musik geteilt unter den Konditionen, dass man das frei weiter abspielen darf. Und das ist eine sehr wichtige Alternative für kreative Menschen. Dass man im Prinzip nicht für seine ganze Kunst, aber für einen Teil unserer Aktivität sagen, ich erwarte keine Bezahlung dafür. Ich bin Geschäftsberater und ich gehe jetzt für 200 Franken eine Stunde Geschäfte beraten. Aber ich könnte auch jemanden auf der Strasse anhalten und mir eine Frage stellen und ich werde dann nichts verrechnen. oder für einen guten Zweck, für eine Charity oder so, könnte ich auch meine Zeit spenden. Und Effingir ist zum Teil auf diesem Prinzip aufgebaut. Das wisst ihr alle, oder? Wir schenken ca. 10% unserer Zeit als Effianer für die Weitertriebung dieses Projekt. Das ist eine sehr spannende Alternative, dass ich entweder mir Geld am Projekt geben könnte, also eine höhere Monatsrate zu zahlen, oder ich könnte auch meine Zeit schenken. Die gleichen Alternativen gibt es in der Industrie. Wenn man wählt, ob ich auf Windows oder Linux basiert will, meine Projekte anführen und so weiter und so fort. Also, das Buch. Warum ist das Buch interessant? Es gibt schon viele Bücher über das Thema. Das vielleicht bekannteste ist von Cory Doctorow, Information doesn't want to be free. Also in der letzten Zeit. In der früheren Zeit Karl Marx mit seinen Büchern. Und viele andere Denker haben über das Problem der Wirtschaft und der Information, über diese Werte in der Gesellschaft gedacht. und Open Revolution versucht so ein utopisches Bild, wirklich ein gewisses utopisches Bild zu vorstellen, von wie das könnte sein, wenn alle nicht-private Informationen wären frei verfügbar. Es geht um Informationen so wie ... Ich wollte euch ein paar Beispiele zeigen. Ich werde schnell meine Workflow konsultieren. So wie Analytics. Das kennt ihr sicher, oder? Google Analytics. Das ist ein sehr tolles Werkzeug. Wir werden vielleicht das nächste Brown Bag über das führen. Also, das ist das Tracking von Website-Besuchern. Jeder Website-Betreiber hat, oder fast die, die schlau sind, haben so ein Widget, so ein Google-Script auf ihrer Seite. Darum kommen die blöden Cookies jetzt überall. Jedes Mal, dass ihr OK auf die Cookie klickt, das ist vor allem, dass ihr beweiset, dass ich das akzeptieren kann, dass jemand einfach aufschreibt, wie viele Mal ich die Website besucht und welche Tageszeit und welche Seite genau ich angeschaut habe. Ja, also, sind das Informationen, die private Relevanz haben? Ja, es ist schwierig zu sagen, weil auf eine Art, wenn du von mir, also alle meine Website-Besucher von heute, also, wenn du meine Browser-History haben würdest, also, das wird viel von mir erzählen, oder? Und meine Interessen und meine Wünsche und meine Probleme und das von meinen Kunden und Familienkreisen und so weiter. Aber wenn man von meiner Website das erfährt, was sieht man da drin? Ja, man sagt irgendwie, dass ich gestern habe, also sagen wir, die letzten sieben Tage, dass man irgendwie viele Benutzer hatte am Dienstag, es ist gestiegen, und dass meine Website ist ja meistens am 2.00 Uhr am Nachmittag besucht und ich habe mega viele Besucher von der Schweiz. Wow! Erstaunlich! Also, man könnte natürlich in den Informationen Sachen herausgraben, die auf einzelne Personen zeigen. Oft ein Beispiel sind Geodaten, oder? Wenn man irgendwelche Umfragen stellt, und dann gibt es Postleitzahlen, und in die Postleitzahlen hat man etwas gefragt, und dann gibt es einfach eine Antwort in einer gewissen Postleitzahl, sagen wir auf eine politische oder sonst heikele Frage, dann kann man oft sagen, wer das ist. Also wer hat auf das geantwortet? Weil man hat dieses Problem von der, ich weiss nicht, wie sagt ihr in dem Fach? Autokorrelation. Autokorrelation, danke. Und dieses Problem bestimmt immer, wenn man so globale Daten hat, und man kann reinzoomen und sehen, oh, das ist ein bisschen problematisch. Ähm, eben, das Buch ist toll. Ersatz mal anlegen. Also, es ist gratis. So wie das Thema. Wenn man auf openrevolutions.net geht, kann man es aboladen, seit gestern. Ähm, ich habe viele Kopien bestellt, ähm, und werde diese irgendwie verkaufen. Oder wenn jemand ein kleines Geschäft hier aufmachen und Bücher verkaufen, können wir diskutieren. Ähm, ja, also, ich habe noch vor, einfach drei Sachen euch zu zeigen. Zuerst eine Karte. Jetzt wollen wir schon von Geodaten reden. Kennt jemand diese Karte? Du darfst nicht. Das war jemand. Das war die dadaistische Karte von Zürich. Das ist ein recht tolles Projekt. Man sieht hier die Stadt und überall, wo Revolte und Aktionen und Kunstprojekte gemacht wurden. Das war von der Cabaret Voltaire produziert. Ähm, die Karten sind schön. Die Karten sind toll. Also, ich könnte wirklich das einfach geniessen. Und ich habe, in der, also, als Kind hatte ich wirklich gerne Karten. Ich habe gerne Karten gezeichnet. Ähm, heute arbeite ich auf einem Projekt, das so aussieht. Das ist einfach ein aktuelles Entwicklungsprojekt, das ich mache mit einer Gruppe von Architekten und, äh, einem Departement der ETH, das wirklich so interessiert ist, in wie die urbäne Landschaft sich entwickelt, verändert, wie der Zusammenhang zwischen Grünraum, Industriellenraum, Kommissarraum und so, sich verändert. Und, äh, und wir machen Plattformen, wo, in der Zukunft könnte man so Storys schreiben, über, was erschien in den Quartieren, oder? Und, äh, und, äh, und, äh, und das, äh, das Story würde sehr individuell, äh, persönlicher Charakter haben, jetzt dieses Beispiel. Weil das sind Daten von einem Menschen. Das sind die Bewegungsprofile. Man sieht, wo, äh, äh, eben der Nils wohnt, wo er lebt. Ich glaube hier oben oben. Ähm, wo, wie er sich bewegt mit Zeit. Und, ähm, ähm, und dahinter ist ein interessanter Prozess, den ihr alle brauchen könnt. Das ist, äh, Google Location History. Also wenn ihr ein Android-Gerät habt, ähm, könnt ihr sehr einfach, ähm, genau, Google Maps Timeline, euer Bewegungsprofil sehen. Das ist jetzt meine. Wie ihr gesagt, äh, äh, nicht schlecht reisen. Das ist meine Heimat, äh, Heimatadresse. Das ist meine Arbeitsadresse, wo wir jetzt momentan sind. Und, ich habe, jetzt weiss ich selber nicht, aber ich habe irgendwo, da, ich habe diese, ähm, äh, Location History verwalten, mit jemandem teilen. Ich könnte mit meiner Frau zum Beispiel meine Location History teilen. Und ich könnte auch exportieren. Ich kann es exportieren, ein File, und das File, wenn ich es anzeigen würde, könnte es zum Beispiel so aussehen. Ähm, das ist jetzt ein offizielles Projekt von einem Verband, von einem Verein, Metropolitankonferenz Zürich, mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit Firmen und Gesundheit und, äh, und Entwickler involviert. Aber, es ist, ähm, es ist, ähm, es ist, äh, es ist, äh, es ist ein Parallel zu Projekten, die ich seit Jahren mache, im Verein Open Data CH. Ähm, ähm, das erste, was mir im Sinn kommt, der näherste, Projekt zu dem, ist der Cumulizer, das man hat, in 2013, hier in Bern, an der Uni gemacht, mit, es ist eigentlich eine Bedienungsanleitung zum, zu, 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 zum Cumulus, das ist so, so, Bonusprogramm von Migros, für die, die es nicht kennen, wahrscheinlich nicht. Und dort hat es auch irgendwo versteckt, dass so eine, so eine Benutzeroberfläche, so ein Management-Dashboard, man kann seine Quittung exportieren und die müssen das uns als Konsumenten ermöglichen. Die müssen nach Recht, äh, also nicht perfekt Zugang, aber die müssen uns Zugang leisten zu unseren Daten. Und das GDPR ist, äh, ist, äh, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung, weil das jetzt europaweit flachendeckig müssen solche Provisionen geben. Und, ähm, in diesem Projekt haben wir einfach die Leute einladen, das zu machen und nachher konnten sie uns die Datei schicken und wir haben so eine Karte generiert, wo man einkauft und, äh, eventuell was für Artprodukte. Heute, ähm, gibt es, äh, Food Open Data Programm, welches jetzt am 7. September in Zug wird weitergeführt werden. Und in diesem Food-Projekt von unserem Verein, ähm, 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 jetzt ist sie wohl irgendeine, äh, genau, gibt es Projekte wie Open Receipts, die eigentlich, äh, das versuchen, noch mehr industriell zu machen. Also nicht nur mit Migros, man kann einfach seine Quittungen einscannen von verschiedenen Laden, äh, das wird aggregiert und auf einer offenen Plattform für Forscher oder, ähm, oder, ähm, oder die eigenen Zwecke dann zur Verfügung gestellt. Also das, 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 das bereich, von was mache ich mit meinen Daten, das ist so ein bisschen MyData, äh, es geht um, ähm, zum Beispiel sehr, sehr wichtige Fragen, was ist mit passiert mit meinen Krankenkassen, meine Gesundheitsdaten, darf ich, darf mein Arzt das mit einem anderen Arzt teilen, zum Beispiel mit meinem Notfallärzt oder im Ausland, wenn ich unterwegs bin, ähm, ähm, oder mit Versicherungen oder mit anderen, oder mit Firmen, die irgendwelche gesundheitliche Leistungen verbinden. Das ist ein Projekt, auch von der ETH und anderen schweizerischen Institutionen, das versucht, uns private Kontrolle zu geben. Und was, was hier eine unbeantwortete Frage ist, und, 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 und all diese Projekte ist, irgendwie, wie, wie, äh, wie kompensiert bin ich? Oder was ist, was ist das Vorteil? Was inzentivisiert mir das zu brauchen? Also, klar, jedes Mal, dass wir eine neue App installieren und das App fängt, über unsere Information zu sammeln, wir wissen, dass die Nutzung dieser App ist für uns ein Vorteil. Aber es könnte auch andere Vorteile geben. So wie bei Spotify, oder? Sagen wir, jedes Mal, dass jemand eine Anfrage macht, um den Stand von irgendwelchen gesundheitlichen Themen herauszufinden, wenn sie uns kompensieren würden mit irgendwelchen Mikrorappen. Dann sind wir ein bisschen Lebenskunst. In dem Sinne, wir leben einfach, wir machen unsere Erfahrung, irgendeine App oder irgendein computergenerierte Profil, und wir sind für das bezahlt, aus der Masse von den Interessen, die es ergibt, wenn nicht natürlich einzelne Personen da drauf sind, aber wenn Tausende sind. Open Snip ist ein anderes, das ist nicht das Projekt von mir, aber es war in der Open Data Community entwickelt. Da kannst du dieses ganze Genom hochladen. Und ja, das ist sehr heikel. Ihr lacht, weil ihr wisst, das würde ich nie etwas solches machen, das ist ja verrückt. Jetzt können die Polizei oder die Versicherung und meine künftigen Arbeitsgeber, die können alles über meine Lebenserwartung und medizinische Sachen herausfinden. Aber wenn Tausende von Leuten das machen und nicht nur das Gen, also das Gen an sich ist sehr schwierig nutzbar. Da können schon Probabilitäten ergeben, Korrelationen, vielleicht hat man irgendwie 30% Chancen für gewisse Krebszwege. Es ist nur interessant, wenn man das kombiniert mit so Attributen wie Geschlecht und Augenfarbe und Haartyp und so weiter, unseren ethnischen Hintergrund, dann könnte man wirklich aus dieser Basis etwas ausforschen. Aber eben, der Hauptnutzen ist nicht über uns individuell etwas herauszufinden, sondern etwas über die Menschheit lernen. Und wir sind einfach in den heutigen Zeitaltern immer mit dem konfrontiert, dass jedes Mal, dass ich etwas von mir teilen möchte, muss ich überlegen, ist das für das Bessere der Menschenheit oder nicht. Und das ist eine riesige Frage, die niemand allein kann beantworten. Darum braucht es eine Diskussion und Treffpunkte für Leute, die das machen. Also ich zeige euch noch ein ein anderes laufendes Projekt bei mir, das ist Public Health. Public Health Schweizerische Verein. Das ist basiert hier um die Ecke. Das ist ein cooles Projekt, unter anderem, weil das ist meine erste wirklich effinger Kollaboration mit Jonathan Hess. Er ist nicht da heute, er ist im Bundeshaus. Was ist er am machen? Irgendetwas Wichtiges am Filmen wahrscheinlich. Jedenfalls, wir haben heute die Webseite gemacht für den Verein und ich bin jetzt inzwischen in der Fachgruppe Technologie Worte. Das ist eine Gruppe von Leuten, die sich regelmässig an Konferenzen und Symposiumen um die Stadt von epidemischen Kontrollen oder Gesetzgebungen bezüglich Zucker, Diät usw. zu diskutieren und dann Empfehlungen machen an den Politikern und Firmen usw. Die haben neue Technologiefachgruppen. Da versuche ich irgendwie auch die Themen mit Leuten aus der Medizin zu verbreiten. Das ist super cool. Und der andere Grund, warum das cool ist, ist, weil in diesem Projekt kann ich ein Produkt umsetzen, das heisst Wagtail. Und das habe ich eigentlich am allerersten Brown-Bag gezeigt. Wenn wir nur irgendwie 60 waren im Pläffe, habe ich der Manu und ein paar anderen gezeigt, wie ich mit dem CMS arbeite. Und das ist mein Brot in Butter, sozusagen. Also jemandem eine Webseite helfen zu gestalten, mit einer schönen Bearbeitungsüberflachen, die man besiegen und veröffentlichen kann. Das ist das Fundament. Aber nachher geht es weiter. Zum Beispiel, ich habe ein Aggregationssystem für Sie gemacht, wo wissenschaftliche Artikel, Nachrichten aus der Welt von Gesundheit, Jobangebote usw. alles zusammensammelt in einen Aggregator, wo Sie dann mitgliedern und eigentlich einfach normale Webseiten besuchen als Dienstleistungen anbieten. Künftige Events und so Browsern auf der Webseite. Das ist das, was ich mache. Ich mache das vor allem mit Python. Das ist im Moment meine zweite Lieblingsprogrammierungssprache. Zeitlang war es mein Lieblingsprogrammierungssprache. Und das ist etwa, ich weiss es doch nicht. Fünfmal wirklich fest auf eine Programmierungssprache umgesetzt in meinem Leben. Und das macht die Informatik auch Spassig. Man kann sich immer neu erfinden. Jedes Mal, dass man eine neue Programmierungssprache verwendet, ist das wirklich eine Welt von Praxis und Leuten und so weiter. Hacking. Ich muss euch in der kurzen Zeit wo ich noch sagen kann. Hacking ist nicht ein schlechter Begriff. Es geht bei mir um das Hacking definiert in diesem Buch. Das Buch gehört zu diesen anderen drei Büchern hier. Es ist von der Engagement Migros publiziert, also von Migros Kulturprozent von Dominik Landwehr. Er ist ein toller Typ, der sich extrem gut auskennt mit den digitalen Medien in der Schweiz mit Künstlern und er erklärt den Unterschied in diesem Buch zwischen Media-Hacking, Bio-Hacking, Lockpicking, also wirklich Viren und politisches Hacking und Hacking im Sinne kreativer Prozesse. Das Hack ist so wie eine Kunstform, wo man versucht mit und man kann das auf jeden Bereich verwenden. Es hat prinzipiell nichts mit Informatik zu tun. Es geht einfach um sehr starke Limitationen und kreativer Durchbruch. Ich stelle es in einem Hackathon, so wie ich jetzt am Organisieren bin. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Acht Minuten. Acht Minuten, ja. Danke. Ich organisiere ein Hackathon, das nächste Woche anfängt. Dieses Wochenende gibt es zwei tolle Hackathons. Ähm... Ich muss es schnell nachschauen. Für die Frau, wie viele Frauen? Haben wir hier zwei? Okay. Für euch Frauen, meine lieben Frauen. Es gibt etwas Spezielles jetzt am Wochenende, was ihr fast nicht mehr kennt. Shoot. Plus, plus. Plus, plus. In plus-size dresses. No, that's not it. Genau. Woman plus, plus. Das ist so eine Geek-Koalition. Die machen den ersten woman-friendly Hackathon in Switzerland. Okay. Ich bin keine Frau. Ich kann das nicht beurteilen, wie sinnvoll das ist, wie toll. Ich sage einfach, dass es gibt. Schaut bitte selber an, ob das etwas ist für euch. Ähm... Ich organisiere MEG Zürich. Das ist ein paar Tage später. Bei MEG Zürich... Jetzt wollte ich es auch zeigen. Es gibt kleine Sensoren, die man jetzt überall in der Schweiz anhängen kann mit dem Netz. Drahtlos, gratis. Und mit extrem geringem Stromverbrauch, um alle möglichen Sachen zu messen. Wir haben das letztes Jahr gemacht. Mit grosser Spass und Furore. Ähm... Und viele Ideen bekommen, wie man zum Beispiel Grünflächen könnte, äh... können messen. Oder auf unserem Velo versuchen, nicht zu klauen, äh... zu haben oder ähm... ähm... zu probieren, unseren lauten Nachbarn, die Disco-Clubs und so von Zürich ein bisschen... der Ärger zu quälen, wenn es zu laut ist. Ähm... Und an einem Hackathon hat man einfach 24 Stunden Zeit oder 48 Stunden Zeit. Und man probiert wirklich vom Anfang bis zum Schluss, bis zum Ergebnis zu gehen mit einer Realisierung. Und das ist... Das ist irgendwie das. In diesem Buch ist... Es sind viele so... die versuchen... zu überzeugen über den Effekt oder über die Überraschung oder über die Provokation anstatt von... einfach ein schöner Kunstwerk zu sein. Und das ist... das ist... ein uraltes Ding, das wir jetzt in der modernen Welt haben beigebracht... oder modernisiert mit diesen Hackathons. Und... was ich an diesen Hackathons mache, ist... also erstens animieren und helfen und selber mitmachen. Für mich ist das ganze Spass, meine eigenen Projekte zu machen. und... und dazu baue ich diese... diese Plattform. Also das... das, was so... nicht so schön im Moment ausgesieht, weil ich bin dran... am... am Basteln. Ähm... sieht besser so aus. Das ist... Wir nutzen auch für unsere Konferenz von meinem Verein... in Juli. Ähm... Und du kannst einfach so Projekte da publizieren und die bearbeiten. Ähm... Das ist... sehr nutzvoll für uns Organisers, weil da könnten wir die Ideen und die Ergebnisse an einem Ort zusammenpoolen und ein bisschen tracken während des Events, wer ein bisschen frustriert ist, wer braucht ein bisschen Hilfe. Das ist... das ist ein Projekt von mir. Und... was wollte ich sagen? Ja, genau. Virtual Reality. Noch das letzte Punkt. Das habt ihr vielleicht schon gesehen. Ähm... Im Moment? Oder... Nein, im Moment. Seit den letzten zwei, drei Jahren wieder. Weil... Ich weiss, ich erst zum ersten Mal in 1997 in Calgary, in Alberta so... VR-Brillen ausprobiert. Also die sind nicht so gross, die sind etwa so gross gewesen, hat etwa 5 oder 6 Kilogramm gewiegt. Das war wirklich ein Desaster gewesen. Ähm... Man ist so ein... so ein rundumstes Ding. Man musste so stehen und dann... hat man nur so weit bewegen können, weil sonst die Kabel haben nicht gelangt und... Ähm... Es war echt so ein krasses Ding und heute hat man Virtual Reality auf seinem Smartphone mit so einem Cardboard oder dort haben wir ein gutes... Oculus Rift, also ein gutes Virtual Reality Gerät. So... 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 So...